Moin Moin und herzlich Willkommen zu Sondays Today mit dem Ommel und der kriecht da schon. Musst ihm wieder helfen bei seinem Minibike. Minibike nicht gefunden im Gras, aber es ist auch wirklich schwierig zu finden im Gras. Ja, läufst du zwei Meter und schon hör, wo ist mein Minibike, wo ist mein Minibike. Konji, gibts raus. Richtig, aber ich bin nicht schuld. Der Ommel fährt jetzt in die Stadt und besorgt das restliche Zeug, damit wir ein zweites Minibike bauen können. Ich glaube, so weit muss ich gar nicht. Hier unten steht ein Auto und wenn ich Glück habe, kommen hier zwei Kabel raus. Ich brauche ja nur eins. Ich habe nur ein Problem. Das Auto gehört noch schon jemandem. Oh, okay. Aber ich glaube, die hat einfach nur falsch geparkt. Die haut gerade ab. Ja, frag mal, ob das in Ordnung ist, wenn du das nimmst. Warte, ich frage sie mal ganz kurz. Frag sie mal. Hallo, Lady? Lady? Dürfte ich mir vielleicht mal ganz kurz den Schlüssel ausborgen aus ihrer Tasche, links unten im Strumpfband. Da ist ein Schlüssel, gib mir den mal. Oh, okay. Sie wird jetzt nicht mehr sehen können, dass ich mit ihrem Auto abhau. Ich habe eben vier Schuss für einen Zombie gebraucht. Was ist das denn? Na los, hast du die Schwierigkeit schon veränder? Auf sieben. Ja, sehr gut. So wollte ich es haben. Ich kann zwar tanken, ich habe Waffenöl, aber immer noch kein Kabel. Schade. Wie gesagt, also wenn du einen Kielschrank findest, 100% Blutchance. Mit dem Cabo. Ich habe aber mal gedacht, aus dem Auto kommen auch Kabel, ne? Ja, definitiv. Kann gut sein, ja. Blablab. Nice. Vielleicht finden wir ja auch im Auto noch einen besseren Motor. Das wäre auch nicht schlecht, ja. Würden wir auch nehmen. Ich würde einen nehmen. Oder zwei. Genau. Ich schraube mir extra überall ein bisschen an dem Auto, aber da ist... Äh, nicht? Oder? Ne. Wir haben auch erst Tag 10 und da ist noch nicht so viel Lootglück, glaube ich. Ja, stimmt. Hast du denn dein Quality Joe, äh, ne, Quality Joe ist es ja nicht, dein Severage, ne, Scaring schon ein bisschen hoch gemacht? Äh, natürlich nicht. Oder? Ich aber auch nicht. Ich habe auch noch nichts investiert. Äh, Scaring ist bei 23 bei mir. Okay. Hoch. Hoch. Und da muss ich noch bis, äh, 30 quasi hochpimpen für den nächsten Quality Joe. Ah, okay. Wo war dann die Stadt jetzt? Bin ich hier richtig? Irgendwie, ja. Aber die Straße ist gut hier. So ärgerlich, dass du auf dem Minibike nicht auf die Karte gucken kannst. Ja. So ein Navi bin ich schlecht dafür, dann so einfach so, hey. Stattdessen, ja. Jump, jump. War doch, ach. Also ich hatte ja leider gestern das Problem, dass, ähm, er die Aufnahme nicht richtig beendet hat. Dadurch, ähm, hm, ja. Ist dann die Aufnahme quasi futsch. Ich habe das schon mal mehrfach probiert. Das kriegst du auch nicht mehr bereinigt. Also wenn einer das Problem kennt, hab das mal, also gefühlt habe ich das alle 100 Aufnahmen. Das ist wirklich echt entspannt, selten. Aber es ist halt super ärgerlich. Ähm, also wenn einer das Problem kennt, gerne mal irgendwie in die Kommentare reinhauen. Ähm, was man dagegen vielleicht tun kann. Ich weiß jetzt nicht, warum das so ist. Keine Ahnung. Du kennst das auch nicht, ne? Ich, äh, ich hatte das auch einmal oder zweimal maximal, ne? Dann willst du das nochmal hochladen. Du lädst auch hoch und die, äh, Datei wird aber nicht akzeptiert von einer U-Tube. Ja, äh, okay. Vielleicht ist es ein bisschen anders. Also bei mir, also du siehst schon, dass die Datei nicht richtig, ähm, beendet ist. Also du kannst sie quasi nicht öffnen. Und er fragt dich, was, mit was für einer Datei willst du es jetzt eigentlich probieren? Und du kannst mit allem probieren und es wird aber nichts. Okay. Ähm, also du siehst schon, dass es sich nicht lohnt, äh, die auch noch irgendwie hochzuladen oder so. Ja. Der obere Gedächtnisbaum, der stört eigentlich bis hin. Aber okay. Ähm, ich finde den wirklich gut. Der bleibt stehen. Definitiv. Ähm, Pothesium und so ein Kram war auch noch. Aber ich komme jetzt erstmal zurück. Ja, hast du? Ja, klar, natürlich. Ein Kabel. Ein Kabel hat gereicht. Genau, ein Kabel nach einer Stunde Suche. Sehr gut. Ne, das war nicht eine Stunde suchen. Ja, das war ja deine, äh, kaputte Aufnahme. Ja, nur deswegen habe ich gewartet. Ja, danke. Bis du es irgendwann mal wieder in den Griff kriegst. Ja. Oh. Oh. Ernsthaft. Was ist mit deinem Computer? Ätzend. Oh, ich höre das Minibag schon. Rumm, rumm. Zack. Die Hupe ist sehr leise, ne? Ich bin, ja, die Hupe ist mega leise. Im Gegensatz zu dem Rest. So. Warte mal, Licht ausmachen, nicht vergessen. Na. Ja, das hatte ich mal vergessen. Ich meine, davon geht die Welt nicht unter, aber es ist schon, ja, es ist dann nur leer, ne? Ja. Aber er lädt es ja auch wieder auf. Das ist ja dann auch ganz witzig. So, ich nehme mal ein Frame in die Hand. Oh, ich komme mal vorbei. Das hört sich gut an. Das hört sich gut an. Das gucke ich mir doch an. Ah, der ist Sprit dabei. Sprit? Äh, drüben in meinem Kofferraum. So. Na, guck mal da. Was hast du denn da? Das sieht gut aus. Das sieht aus wie so ein Gestell. Das ist auch ein Empty Minibike. Ist zwar noch nichts dran an dem Ding, ne? Ja. Cool, ne? Das ist ziemlich mini. Ich muss noch mal hier ran, kurz. Gibt das nicht um? Nö. Wir sind wahrscheinlich so eine... Die Hebels hier sind wahrscheinlich, damit das nicht umfällt. Wir sind die kleinen Stände. Nice. Und was kommt denn? Und dann kommt erstmal der Reifen noch. Und das Lustige ist, der eine schwebt. Oh, nicey. Mhm. Das ist ein Magnetreifen. Oh, einen hast du doch da bestimmt so in den Boden reingestampft. Ich schraub dir mal fest. Quick, quick, quick. Und damit du dir nicht den Popo aufreißt, kriegst du auch noch einen Sitz. Uh, oh. Sogar schon mit Lenke, hä? Mhm. Kannst auch schon Tröte drücken. Sind da Wurstblinker dran? Ja. Nice. Ja. Mit den Wurstblinken. Guck mal, man kann schon drauf sitzen. Cool. Das sieht sehr komisch aus. Ja, scheiße. Entschuldige bitte für den Anblick. Oh nein. Oh nein. Okay. Ähm, da fehlt noch was und zwar? Äh, der Korb. Der Korb fehlt, genau. Den hab ich auch grad gesucht. Und damit das Ganze auch Profil bekommt, kannst du eigentlich jetzt schon mal das Licht anmachen. Die Batterie ist drin, ne? Aber es geht trotzdem nicht. Ne, es geht nicht. Was fehlt? Ähm, eine große Engine. Rrrrrrrrrrrr. Ne, eine Small Engine. Ha, ha, ha. Eine kleine. Ich mach, äh, ich tank dir noch mal ein bisschen nach. Das ist nett. Ich hab keine Wrench dabei, sag ich schon mal so. Und ich hab äh, relativ viel Stuff im Inventar. Zum rumfahren und zu gucken, ob Zombies Hallo sagen. Oder was wir hier sonst so finden. Da machen wir aber, ähm, da machen wir da ein bisschen später. Ich leg dir noch was in den Kofferraum. Hab ich noch gefunden. Ich weiß nicht, wie du dich schon kennst. Ah, wir fahren später? Kennst du das schon? Im Kofferraum? Nein, kennt er nicht. Na also, noch ein Geschenk für dich. Wow. Ich hab doch eine Wrench dabei. Sehe ich gerade. Ja. Was heißt jetzt später? Also, wir fahren später, oder? Wir können auch gleich eine Düse machen. Ja. Würde ich sagen, oder? Und nochmal Taschen leer machen, oder? Nö. Ich werf nochmal schnell ein bisschen was weg. Na gut. Wir können ja in der Stadt nochmal an die, ähm, die Kiste ist gelockt. Die Kiste ist gelockt? Ich hab die nicht gelockt. Ich aber. Ich hab die gelockt und ich kann sie jetzt nicht mehr öffnen. Dann mach ich das. Du kannst die jetzt natürlich öffnen, ne? Ja. Du bist ein Schlaumeier, ne? Hab ich ja alles selber gemacht. Ich bin ein Kerner. Was ist das? So, jetzt will ich mal hier. Haben wir nicht eine Müllkiste noch irgendwo? Also, ich hab, äh, die Kiste oben da auf dem Gedönings. Ui, fast runtergefallen. Als Müllkiste genommen. So, dann pack ich da nochmal ein bisschen Kram rein, bevor wir losdüsen. Den brauche ich jetzt nicht. Gut, ich hab mal abgelegt. Ja. Uh. Normalerweise breche ich mir doch immer irgendwas, wenn ich von da oben runter springe. Komm schnell, wir wollen eine Biege machen. Ja, ich komm. Zack, zack, zack. Kramkiste hier. Ja, das muss, das muss reichen. Ich hab zwar nicht viele Pfeile. Ich hab nur neun. Was ist denn das? Abgase? Du hast doch immer das Minibike des Todes. Robert, mach mal den, den letzten hattest du. Weil das Licht von, vom Minibike geht gar nicht. Wieso? Viel zu hell. Es blendet ein bisschen im Auge. Wie, wie war denn der Weg? Ja, du bist doch an dem Weg schon vorbei. Komm mit, Brother. Da, ne? Wir müssen erst über diesen Weg. Ja, da ist er, ist klar. Achtung. Fast, fast ins Auto reingeprettert. Und du traust dich hier nachts nochmal raus mit mir? Ach, mit Minibike bin ich da immer. Und wenn du dabei bist. Musi, ne? So, Achtung. Wir müssen hier rüber. Man merkt aber, du hast den Motor, den besseren Motor bei dir eingebaut, ne? Das ist halt Zufall. Apropos für einen besseren Motor. Hier ist ja noch ein Auto. Das können wir ja. Ja. Kann ja mal gucken, ob es, ob es hier noch einen gibt, einen Motor für dich. Aber wir wollten irgendwo hin, ne? Oh, fuck. Was dann? Das ist kein gutes Zeichen. Ich hab ins Minibike geschossen. Kannst du da mal kurz aufsteigen aufs andere? Ne, grad nicht. Ich hab's klöngeln hören. Wie viel auch? Äh, genau. Aeros brauche ich nicht, sondern Crossbow. Die wollte ich. Ist geil, wie die Brocken bei dir fliegen. Fliegen die schon immer so? Hab ich überlegt. Nur bei mir. Ich hab dich gerettet. Danke. Oh, ne Hoh ist hier drin. Ich nimm sie mal mit. Aber wir hatten schon einige. Ja, gut. Dann schmelzen wir sie ein, ne? Ich hab keine Anzeige. Doch, jetzt hab ich eine Anzeige. Boah, ich hatte eben auch keinen Loot. Komisch, ne? Hat ein bisschen gedauert. Weil wir gleichzeitig und so? Ja, wir sind einfach zu schnell zum Looten. Das braucht ein bisschen beim Spiel. Wahrscheinlich. Ich schraub mal das Rad ab, genau. Okay. Ich fühl mich aber so kurz vor der Nacht. Hast du noch, ähm, ähm, Crossbow Arrows? Äh, ich hab, äh, 129 Stück. Brauchst du ein paar? Ja, ich hab nur 6 Iron Arrows, also für den normalen. Ja, sehr gut. Fangen wir ein Stückchen weiter nochmal. Ja. Aber ich bin nicht gestorben. Ich hab ein Pfeil ins Mini-Bike reingehauen gehabt. Beruhigt mich. Da haben wir nochmal Ducktape. Ja. Ein untouched Auto. Okay. Was machen wir noch hier in der Stadt? Haben wir noch irgendwas nicht aufgemacht? Ich überlege tatsächlich gerade. Ist ja schon wieder eine Woche. Oh, eine Engine. Sehr schön. 50er. Na, ist doch gut. Kannst mal gucken. Ich glaub, deine ist, äh, schwächer gewesen. Kannst du gleich mal austauschen. Ich hab hier eine 32er. Ich hab nur so ne kack Batterie. Die ist 52. Achso. Okay. Nö. Also, Engine ist stark. Äh, ich hab ne Small Engine mit, äh, 6. 6? Mit 6 hab ich da rausgehört. Aber ich hab ne Batterie für dich. Ich hab ne Batterie für dich. Achso. Ne, genau. Ich hab ne Small Engine für dich. Ne, brauchst du nicht. Äh, warte mal. Meine Small Engine kann 500 ein... Brauchst du jetzt noch ne andere Batterie oder nicht? Nein. Nein? Äh, ja. Ja oder nein? Batterie, ja. Okay. Soll ich sie reinlegen? Bitte. Bitteschön. Nice. Jawoll, ne? So eine hab ich... Die ist jetzt besser wie meine. So eine hab ich... Ja, du hättest schon, äh, wechseln dich. Nein. Nein. Die ist für dich. Nein, doch. Du weißt, ich bin großzügig. Ich weiß. Aber ich glaube, hier haben wir die... Das Wesentliche soweit gelootet, ne? Ja, außer dem Müllsack hier. Ja, okay, der... Oh. Ich hoffe, das hast du jetzt erledigen können. Den... Kommen wir mal hier diese komische Straße runter, wenn wir schon hier stehen. Meinst du, du hast da nicht ein bisschen Schiss? Ich 287er Reifen. 270er. Ich glaube, deine Reifen waren auch kleine noch, oder? Guck mal. Wow. Äh, ein Hunderter. Ein Hunderter? Mhm. Warten wir, dann tauscht die nochmal schnell aus. Gut. Mercy. Popopil war auch schon gelootet, oder? Ne, ich glaube, da waren wir nicht drin, oder? Meinst du nicht? Hatten wir da schon, äh, wir hatten da noch gar keine... Oh. Warte mal. Oh, oh. Guck mal, da ist ne... Wenn du mir sagst, was du mit... mit meinst, da ist ne... Da, direkt vor... vor uns. Seht ihr die nicht? Direkt vor uns. Boah. Ist die geflogen. Voll weggeschossen. Bin noch Hand... Ne, senst. Oh. Nice. Schön. Spritz, du Luder. Oh, sie zockt noch. Oh, hier sind... Ja. Leo. Gehen wir zu Hause. Attention, attention. Kommen sie doch mal ran hier. Oh, der eine ist schon... Ich seh die nicht. Die ist tot. Ja, der stand hier. An der Ecke. Du machst die ganzen Scheiben kaputt. Oh, ich würde sagen... Ich hab als erstes erstmal die Kasse gelootet. Du lieb. Nein. Es gehört alles mir. Habe ich nur vergessen hier. Alles meins. Alles meins. Noch ein Bierchen. Einziges, was ich loot, ist den Kühlschrank, ne? Ich versuche, irgendwelche Pillen zu kriegen. Ich brauch Pillen. Ich brauch Pillen. Ich find das Geräusch sogar, wenn man diese in Pillenschränke aufmacht. Mhm. Was wird Hummer Simmson da irgendwie reinbeißen, ne? First Aid Kit? Ja, so eh nicht. First Aid Kit kannst du auch schon, ne? Ähm... Gucke ich gleich mal. Bin auf dem Weg nach... First Aid Kit kann ich auch schon, ja. Beleg, ob ich's ähm... Scrapper... Nö. No, no. Ja, weil... Oder nee, bringt das überhaupt was? First Aid Kit Doppelzut lernen? Du kriegst ja mein Skill, aber... Halt Skill... Wofür, ne? Ich guck mal. Für Science, ja gut. Und ob ich jetzt schneller oder langsamer irgendwelche Sachen da... Dann mach ich lieber Papier. Und hab noch mal ein paar Schuss mehr. Vom Papier? Ja, für Shotgun, ne? Mein ich. Der 24 stand da irgendwas. Exploding Crossbow Bolt. Das ist gut. Oh, die Tür ist auf. Zwei Kochtöpfe, auch nicht schlecht. Ein Stück Holz und ein Klebstoff. Hier war einer hart am Schnüffeln in der Apotheke. Okay. Hier können wir nochmal die Ranch austauschen. So. Ähm... Also du hast das Papier... Du hast da Papier draus gemacht, ja? Ja. Okay. Dann mach ich da mit. So. Das können wir scrappern. Zack. So. Hier hinten sind wir auch durch. Leggy, leggy, leg. Hier ist noch was. Okay. Okay. So. Ich nasch mal die Pillen, die hier drin waren. Dir gefallen der die Pillen, ne? Ja, natürlich. Das sind die Vitaminchen. Leckere Bonbons. So. Ein bisschen Mulky Water ist besser wie gar keins, ne? Eben. Ich hab ja auch noch ein paar Gläser Intus. Du hast ein paar Gläser Intus? Ja. Okay, da warst du schon dran. In der Tash. Ja, ich glaub wir sind durch hier, ne? Ja. Hast du hinten auch schon alles? Ja. Schwein. Also hier rechts, ne? Ja. Du warst auf dem Klo. Ich war auf dem Klo, genau. Auf dem Klo war ich, ja. Auf dem Klo, sehr gut. Den Basket hast du noch nicht geleert. Und da war ein Bier drin, ne? Und jetzt ist das... Ah, okay. Ich dachte das wär so ein Lehrer. Ja, ne, den kannst du ja zur Not ausscrabben. Gehen wir mal, gehen wir mal vor die Tür. Und ich würd sagen, auf den Erfolg, ne? Trink mir ein... Warte. Ich hol mir den gleich mal rein. Hast du eins? Ja. Warte. 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 Jetzt. So. Prost, mein Junge. Bum. Oh. Der zieht den wirklich rein. Ich hoffe, das wäre ein Spaß. Wieso? Nice, Buzz. Uh. Yeah. Baby. Jetzt lauf hier rum und schreien. Ah. Ah. Ja. Es ist Sonntag. Da sollte man kein Alkohol trinken. Wieso? Hä? Wieso hab ich denn keine Feinde mehr? Das freut mich auch. Achso. Ich dussel hab meine Feinde ins... Getrunken. Getrunken? Ich hab meine Feinde getrunken. Ja, so ähnlich. Nischt. Zack. Zack. Und da tanken wir mal auf. Die Kiste. Ich trage immer das falsche Knöppchen. Genau. Das will ich mir jetzt nochmal angucken, was du sagtest. Reflow. Zack. Achso. Und du musst auch noch mehrfach klicken? Ja. Das macht doch keinen Sinn dann. Ja, aber das geht schneller. Da kannst du durchstatteln und du musst ja... Ah. Du kannst ja gleich in den Inventar ziehen und alles. Okay. Das ist viel besser. Ja, du hast recht. Ja, stimmt. Ja? Guck mal, mit der Small Engine, die wir jetzt ja über haben, können wir uns einen schönen Zementmischer und so bauen. Auf jeden Fall. Wie cool ist das denn? Waren wir hier schon oben auf dem Dach? Glaube nicht. Wir können ja... Genau. Wir benden oben die Folge. Das klingt gut. Wird schon wieder Schluss machen hier. Ja. Wir sind am Ende einer Folge angekommen. Ein Magnum Pistolgrip. Oh. Eine Sporttasche. Er hat einer seine verschwitzten Klamotten liegen lassen. Ehrlich? Ja. Widerlich. Ich reit. So. Ja. Ja. Das war der Sonntag. Ist schon wieder fertig? Fertig. Ich will eigentlich noch weitermachen. Mist. Hier ist das Cracker Book und ich glaube, da waren wir auch noch nicht... noch immer nicht drin. Das hatten wir uns letzte Woche schon vorgenommen, glaube ich. Bin mir sogar relativ sicher. Sicher? Aber wir werden sehen. Wir fahren ja dran vorbei, quasi. Okay. Das ist die nächste Station. Die nächste Station. Wir werden ja ein bisschen was sehen hier mit dem Minibike. Geht das ja alles ein bisschen flotter. Und ähm... Und man kann auch mehr mitnehmen. Genau. Ja. Das auch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ähm... Lasst doch am besten drei Daumen da. Einen für den Ome, einen für Elpe Gonchi und einen für mich. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Schreibt uns gerne einen Kommentar. Und dann sehen wir uns nächstes Wochenende wieder zu... Weekend Loot or Blut. Adios. Tschüss. Tschüss. Wie episch das gerade klang. Oh ja. Nein, eigentlich lächerlich. Ich mach jetzt aus. Tschüss. Tschau.